Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Zone, zusammen mit dem Debitor. Guten Tag. Das Blumenkind, nice. Haben wir ein bisschen hier aufgeräumt, damit wir jetzt hier mal Gas geben können. Wir pimmeln hier schon viel zu lange rum. Das stimmt. Die letzte Folge, wer die nicht gesehen hat, bei Debitor auf dem Kanal. Ein bisschen Chaos. Chaos Extreme. So kann man es sagen. Und wir haben unser M-E-Steam fertig und damit wollen wir natürlich auch arbeiten. Und damit wir Rohstoffe bekommen, das ist nämlich gerade unser größtes Problem, haben wir zwei Möglichkeiten. Und willst du die uns mal erörtern, Hathor? Natürlich. Wir könnten zum einen einen Digital Miner bauen und dann quasi diverse Sachen oder eine Query halt und dann minen, was das Zeug hält. Oder aber wir benutzen das Modpack Automatic Sieve mit einem Hammer und einer Cobblestone-Maschine. Und holen dann aus den Rohstoffen, die aus den gesiebten Sachen rauskommen, halt unsere Ärzte raus. Kann man das so sagen? Das war ganz gut erklärt. Nice. Genau. Also wir wollten halt auch mal was anderes zeigen, so außer einen Digital Miner, den man schon hundertmal gesehen hat. Ja, stimmt. Genau. Und dann wäre das natürlich awesome. Dann bräuchten wir quasi so eine Anlage. Was soll ich bauen? So einen Crafter brauchen wir, ne? Genau. Machst du den Crafter? Dann mache ich den Coruscant Generator. Und zwar den von... Brauchen wir den Tier 1 oder den Tier 3? Mach den Tier 3. Also dann kannst du mehr Rezepte gleichzeitig machen. Und das ist natürlich gut. Okay. Okay, brauche ich mal. Oh. Synergy. Wo sollen wir das Ganze dann hinbauen? Erstmal auch wieder hier und dann später in die Zone umziehen? Ja, auf jeden Fall. Dass wir nachher so eine Verarbeitungszone haben. Aber erstmal würde ich sagen, hier irgendwo. Okay. Also wir müssen uns sowieso mal überlegen, wo die Sachen nachher hinkommen, weil wir wollen quasi für alle Sachen oder für alle Bereiche so eine eigene Zone haben und die Zonen sollen auch relativ groß werden. Also wir wollen jetzt nicht nur, keine Ahnung, ein paar bauen, sondern immer in jeweiliger Zone richtig viel. Yes. Damit das so krass wirkt. Passt auch zu dem Modpack, wenn man dir die Infinity Ingalls anschaut. Ja genau, die wir auch bauen wahrscheinlich. Genau. Dann braucht man auch dicke Autocrafting-Anlagen. Oh, ich mag Autocrafting. Oh nein, oh nein. Was denn? Ich habe nur 20 Red Song reingenommen, damit ich dann 20 Red Song fackeln machen kann, habe aber trotzdem Shift gedrückt gehalten in dem Moment. Oh. Jetzt haben wir keinen Red Song mehr. Muss ja nochmal auf die Suche gehen. Keine mehr? Keine mehr. Warte, Anuminium, Led, Silver, Iron, Crafter Tier 2. Crafter Tier 3. Warte. Jawoll. Warte, das ist gut. Das ist sehr gut. Die Frage ist jetzt halt, wir brauchen ja alle Rohstoffe. Das heißt, wir brauchen Cobblestone, wir brauchen kann man Gravel 7? Ich glaube schon, oder? Haben wir hier noch Gravel? Warte. Ich gucke gerade in Not Enough Items. Kannst du natürlich auch machen. Oder du wachst einfach hier rein. Kann man. Das heißt, wir machen, wir brauchen Cobblestone, Gravel Sand und Dust. Guck mal. Läuft, 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 läuft. Oh. Was machen wir denn? Okay, warte mal. Hier kommt Cobblestone raus, ne? Das wird dann, das wird noch nicht gesiebt. Cobblestone kann man nicht sieben, ne? Das wird doch jetzt klein gemacht. Genau. Oder kann man Cobblestone sieben? Warte, probieren wir mal aus. Nee, geht nicht. Okay, dann müssen wir das klein machen zu Gravel. Aber sollen wir denn lieber vier Cobblestone-Farmen machen? Ja, genau. Für alle Rohstoffe, ne? Genau. Weil sonst haben wir irgendwie am Anfang ganz viel Gravel gesiebt und Dust haben wir gar nichts. Weil das am Anfang schon verarbeitet wird. Überlegt noch gerade. Kann man nicht aus der Ein-Cobblestone-Maschine verschiedene Wege machen? Weil die ist ja mega schnell, oder? Äh, ja. An sich schon. Ich weiß nur nicht genau, wie gut die halt abgehen, ne? Also, ähm, wie gut die das aufteilen, so gesehen. Achso, ja. Ich glaube, die sind schneller aufgeteilt, als wir das verarbeitet haben, meine ich. Ja, dann packen wir einfach richtig viel bei den Direction-Upgrades rein, oder so, dann geht das schon. Ja. Und wohin? Dann brauchen wir einen geilen Platz dafür. Dann würde ich sagen, fangen wir hier an in der Ecke, oder? Total weg. Also hier. Da? Okay, Blumen weg. Tschüss, Blumen. Hier musst du aufpassen, ne? Weil wir haben, äh, Blattnoden. Oh. Zu viel weg, äh, äh, Monster da, ne? Genau. Ja, aber warte, wenn wir das in vier, vier Ecken aufteilen, wie machen wir das dann? Ja, mach doch hier mal den Capstone-Maschine hin, und dann brauchen wir vier, brauchen wir vier Siebe? Ne, wir brauchen vier Pulverizer, ne? Zugesehen schon, ja. Okay, warte. Warte, wären vier, lass uns vier Capstone, das ist viel einfacher, warte. Okay. Dann fangen wir trotzdem irgendwie hier an, und dann machen wir, das haben wir alles weg. Machen wir uns kurz? Nein, was mache ich denn da? Mein Gott, wenn das mal jemand wüsste. Ähm, warte. Hier kommt Lava hin. Guck mal, ein paar Pulverizer. Pulverizer. Boah, das hat sich gerade angehört in meinem Kopf, als hätte da jemand eine Quest abgegeben. Hä, was? Ja, ich weiß nicht, ich habe das Geräusch gehört, Halluzinationen oder so. Ich glaube auch. Was ist denn los mit dir, Digga? Bestimmt bist du, äh, ich krank. Und nicht du. Das wäre krass. Wäre gut, für dich. Was? Ne. So, guck mal, so sieht das geil aus, unerfüllt seinen Zweck. Ist das nicht awesome? Ja. Warte, ich gucke sofort. Ich sage einfach mal ja. Nein, ich habe in die Fallschule. Nein, wir haben keinen Ritzer mehr. Und ich habe in die falschen Transfernotes gemacht. Ah, lol. Ja. Pass auf, ich gehe nochmal nach unten, weil für die, ähm, Pulverizer brauchen wir Redstone. Wir haben keinen Redstone mehr, ich will da. Stimmt. Okay, dann holen wir mal ganz kurz Redstone. Warte, ich hole mal diesen geilen, meine Alumite. Mist, die ist kaputt. Hast du noch eine Pickaxe, eine Coole? Ja, hier. Tauschen wir jetzt. Pickaxe liegt da, fast hinter dir. Warte mal, broken, hast es Repair. Warte, willst du eine andere haben, oder was? Nö, nö, passt schon. Nimm die. Okay. Warte, wir machen das so und dann... Gleich da. Den, dann brauchen wir ein Cover. Haben wir ein Cover? Bestimmt nicht. Cover, cover, cover. Cover. Coverstone. Wow. Alter. Was? Geht die ab? Mega krasses Vorkommen. Was denn? Redstone? Nö, nö. Diamanten. Ja, aber das brauchen wir nicht. So, Redstone. Kack auf Diamanten. Stimmt, sorry. Voll dumm. Ich habe auch irgendwie gerade so eine Ölquelle angehauen, die fließt jetzt hier gediegen runter. Ja, nice. Machen wir das mal hier hin. Zwei Diamantenquellen. Hä? Was ist denn hier los? Oh. Dafür brauchen wir gleich das von Peter. Ich glaube, das wird cool. Aber du musst das Design dann eh noch abnehmen und sagen, okay, ist gut. Okay, rate mal, wie viele Diamanten jetzt in diesen beiden Kleinvorkommen drin waren. 27. 38. Und wir vor der Aufnahme sagen das so, oh ja, wir haben zu wenig Diamanten. Genau. Ach stimmt, die sollte auch mit deiner Pickaxe die Redstone Vorkum abbauen, ne? Ja. Hast du? Komm hoch, hoch. Schnell. Ich habe nur 19. Na, 19? Na, ob das jetzt so gut ist? Reicht noch nicht, oder? Bei der Automatic Hammer. Das ist ja das Ding. Okay, dann brauchen wir Automatic Thief. Und hier ist Cobblestone. Da kommt Pulverizer. Oh scheiße. Was weiß ich denn, was da reingehen kann? Wahrscheinlich nicht. Pulverizer. Hammer. Nein, Hammeron. Gar nicht Hammer. Aber das wird aber schon eine krasse Strecke eigentlich, was wir aufbauen gleich, ne? Das war ein bisschen wie Factorio, ne? Die habe ich nie gespielt, aber ich kann es mir vorstellen. Das war krass. Und so immer weiter. Sag mal, warum sind die eigentlich nur kaputte Pickaxen überall? Ich weiß nicht, warum die die referieren. Pickaxe. Broken Iron Pickaxe. Die ist noch ganz. Sehr, sehr gut. Okay, Ardite, das ist Deiner, ne? Ardite? Ja. Ja, genau. Da ist jetzt Fortune 2 drauf übrigens. Ja, nice. Danke. Pulverizer. Dann kommt das Ding hier hin. Aber wie viel Red soll ich denn wieder hochkommen? Ja, wir brauchen nicht viel. Mach ein bisschen. Chance Cube. Deiner. Kommen die hier rein? Diese Items brauchen ein bisschen mehr Persönlichkeit. Hä? Wie? Stand da jetzt? Those items of yours need a little personality. Der hat bestimmt alle deine Items benannt. Pass auf. Guck mal. Der hat die bestimmt benannt. 100%. Und? Ne, jetzt gerade nicht so. Ne? Gleich mal manche Items davon. Musst du einmal gucken. Also, das könnte ich mir echt vorstellen. Bei der Message. Bisschen Persönlichkeit. Genau. Oder die alle eingefärbt. Pink. Ja. Alle blau. So, ich komme hoch. Ich habe auf jeden Fall schon mal wieder ein paar Redstone Sachen. Also, das ist, glaube ich, momentan unser Problem. Redstone. Hi. So, warte mal, das geht schon mal, oder? Das ist zu bear. Hallo. Ja, sehr, sehr cool. 38 Diamanten. Das läuft. Ah, genau, warte mal. Pulverizer. Note. Items. So, sorry. Jetzt haben wir kein Gold mehr. Nicht? Und drei Stück, warte. Ich habe Gold gesehen. Das dauert nicht lange. Neu. Warte, dann werde ich das hier vor. So. Ja. Geschafft. Ja, ich versuche gerade an das obere Gold zu kommen. Neu. Aber da ich ja relativ hoch springen kann, ist das gar nicht so schwer. Oh, Redstone. Löschen, löschen, löschen. So, da auch wieder so zum Running Gag. Ist unsere Platte eigentlich nicht mehr da? Fällt mir gerade mal ein. Was für eine Platte? Die eine immer so wegschleudert. Ne, die habe ich abgebaut. Wollte schon sagen. Ich bin ja schon lange nicht mehr drüber geflogen. Was ist denn da los? Merkt man sofort, ne? Ja. Voll, voll, voll blöd, ey. Oh, Mann. Ich habe mich so gefreut. Ich bin schon so lange nicht mehr hängen gefallen. Boah, ich habe auch für einen Bereich voll die gute Idee. Da machen wir ganz viele von diesen Essenz und Büschen. Weißt du? Oh. Weil es gibt ja so viele Büsche. Ja. So ein Megatower. Was ist das Maximalste? Was ist das, was so ein Harvest-Sacker, ne? Neun mal neun? Ne, mehr sogar, ne? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ihr Upgrades gibt schon, warte hier, das höchste. Elf. Oh. Und drei mal drei Standard. Das heißt, irgendwie so 25 mal 25. Gut. Ja, ich glaube, das könnte hinkommen. Also brauchen wir relativ viele Büsche, ne? Pro Etage. Ja. Aber nicht mal machbar, Profil. So, eins. Ich bin jetzt gerade voll am Überlegen. Wo mache ich denn den Waffe-Generator hin? Stimm für Strom, ne? Oh, jetzt habe ich die Idee. Die Idee. Warte mal, wo ist der? Zwei. Boah, Alter. Muss ich mich jetzt nach Gold hochkämpfen, ey? Wie viel generiert der jetzt? Hier gerade nix? Keine mehr? So. Nein! Oh, ist ja nicht passiert. Lava gefallen? Ja. Nein! Oh, so eine Kacke. Boah, ist das blöd hier. Warum fällt der denn auch in Lava? Haha. Oh, Kacke. Was hat ich gemacht? Ich kämpfe mich die ganze Zeit so drei Gold-Vorkommen hoch, ne? Ja. So, baue die dann irgendwann ab. Dann fallen die ja runter. Dann gehe ich nach unten, da ist ja auch noch ein Gold-Vorkommen. Ja, nice. So richtig dumm. Die waren ja nicht so teuer. Glück gehabt. Ups. Okay, immerhin haben wir jetzt vier Gold. Ah. Oh, das war knapp. Okay, bitte du nicht auch in Lava brennen. Oh, ist er nicht. Perfekt. Bitte du nicht auch in Lava brennen. Alles klar. Ja. Ich habe in Lava brennen. Warum? Wir haben übrigens relativ viele Büsche damit hochgebracht. Okay. Können wir die schon haben? Aber die anderen muss man ja in Dunkelheit planten, ne? Das ist ja doof. Ja, manche davon. Genau. Ja, alle außer die Essence-Berries eigentlich. Oh, hier war Wasser. So, warte mal. Wie viel Pulver-Riser brauchen wir denn jetzt? Vier Stück, ne? I think so, man. Ach, ich meine, ich mache mal vier Stück. Läuft schon. Also mal weg. Jetzt haben wir kein Flint. Copper. Oh, vielleicht hat er vorhin auch schon was generiert und ich war einfach nur zu blöd. Weil ich da, weil der interne Speicher schon vorhört. Mann, Peter. Was machst du denn? Ja, Mann, nun bin ich Retard. Weißt du, was Retard heißt? Behindert. Ja. Du kannst doch die Behindert sagen. In der Welt von heute. Warte. Jetzt machen wir noch ganz kurz Kabel. Haben wir noch Kabel? Stil? Kabel? Kabel? Stil haben wir bestimmt, oder? Kabel. Basic, universal, Kabel. Stil. Ich muss bei ihm diese Schaufel reparieren. Stil oder another one bites the dust? Wait. Seriously? Seriously? Leute, die ich kennen, denken nur Mann, sind die behindert. Und die Leute, die ich kennen, denken sich, boah, sind die cool. Ja, genau. Cool. So, warte mal. Ich mache jetzt mal ganz viel. Guck mal, ganz viel Kabel hin. Warte mal, so kriege ich keinen Flint raus. Welten wir gerade mal auf. Wie mache ich nochmal Flint? Einfach Kabel ins Kraftingfeld. Ach ja, das macht Sinn. Das habe ich auch am Anfang gemacht. Ich habe so die ganze Krabble abgebaut, so fünf Minuten. Und dann irgendwann, oh. Mann. Genau. Ja doch, das geht. Guck mal. Stil, oh. Gibt uns Stil, das. Das ist ja richtig cool. Wir brauchen Wurde. Wurde. Und jetzt haben wir Stil mit. Wir haben gar nicht so wenig Holz, ne? Aber Rubberwurde kann man nicht in normales Holz machen. Schade. Ich glaube nicht. Aber warte, ich setze noch kurze Kabel. Und. Wann läuft dann? Nix mehr. Denn dann ist die Folge zu Ende. Das war so. Oh mein Gott. Manche sind die Überleitungen so geil, ne? So geil. So heftig. 640 L verzeugt er jetzt. Ja, das ist doch gut. Und die Dinger müssen jetzt dann irgendwie weitergeleitet werden in einem Packager. Wovon sie dann weitergemacht werden. Okay, das ist schon fast gut. Guck mal, die Idee. Dann wird die Folge jetzt ein bisschen länger. Die Idee war praktisch, dass wir eben immer hier eine Leitung haben. So, so. Dann kommt hier ein Pull-Riser noch mit dran. Und hier dann eben ein Automatic Sieve. Und auf der anderen Seite. Äh, der Crafter. Der geht dann dahinter. Also das ist praktisch so eine Linie, weißt du, die hier entlang geht? Ja genau, der Crafter. Der alles zusammencraftet. Und dann in den Hammerer, ne? Genau. Und dann haben wir praktisch dasselbe hier. Das heißt, ähm... Oh, und dann in den Ofen. Und dann in den Ofen. Das brauchen wir noch einen Ofen. So. Und so dann. Oh. Warte, vielleicht habe ich sogar noch... Achte. Bam, bam. Und auf jeden Fall. Wow. Können wir uns hier treffen da mit den Sachen? Wo? Hier so in der Mitte. Dass hier quasi der Crafter ist. Aber reicht... Also ist ein Crafter denn gut? Neun Stück kann der. Ja, neun... Neun Stück? Acht Stück, oder? Acht, neun? Ich weiß nicht. Aber das Problem ist, ähm... Dass wir bestimmt mehr Rezepte haben. Ach so, mehr als, ähm... Ja. Aber du musst dir denken, wir haben ja Broken Iron. Dann haben wir irgendwie Iron Sand, Iron Dust. Ach, stimmt. Du hast recht. Ja, okay. Tut mir leid. Okay, aber das war's aber von heutigen Folge. So, wenn sie gewandert, schaut mal im Demetor vorbei. Da gibt's nämlich die nächste Folge. morgen. Und ansonsten lassen wir Wert und Nacht. Äh... Ich glaub, viel mehr gibt's gar nicht mehr zu sagen. Cool. Bis zum nächsten Mal. Krass, Mann. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020